Ich denke, es ist eine weltoffene Stadt, in der es keine Vorurteile sowie kein Hass gibt. Ich denke, dass alle Menschen durch Krankheiten geheilt werden und es auf die Natur fängt. Ich denke, dass es eine wunderbare, hell erleuchte Stadt ist, in der auch Engel oder andere Farbe gewesen zu finden sind. Die Stadt ist vor allem so wunderschön, weil niemand auf die Idee kommen würde, sie zu zerstören, dann alle sind dankbar und leben zu dürfen. Ich glaube, dass dort ewiger Frieden fährt. Alle Menschen sind willkommen und werden mit Rücksicht und Respekt behandelt. Und jeder bekommt eine zweite Chance, dass sie wirklich will. Ich stelle mir das himmlische Jerusalem so vor, dass die Menschen zusammenhalten. Das heißt, dass sie in sich in Notsituationen helfen und dass es eine Religionsfreiheit gibt. Alle Religionen aus der ganzen Welt sind willkommen. Frieden kann nur werden, wenn menschliches Handeln von Liebe geleitet ist. Peace ist only possible when human action is guided by life. Frieden muss im Herz entstehen. Frieden muss im Herz entstehen. Frieden will, muss Vertrauen schäten. Wenn du riedst, sallam, älteren, 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 älteren. Wenn du riedst, sallam, älteren, 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 älteren. Wenn du riedst, sallam, älteren, älteren, älteren. Frieden ist die Voraussetzung für ein gutes Leben. Frieden muss im Herz entstehen. Wenn du riedst, sallam, älteren, 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 älteren. Johannes sagt in der Himmelstern, Räume des Lebens und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Überall ist die Liebe Gottes. Räume des Lebens und die Blätter dienen, älteren, 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 älteren. Räume des Lebens und die Blätter dienen, älteren, 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 älteren. Räume des Lebens 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020